Musik Lestimorna, ich bin mit einem beschwerlichen Schnupfen geflaggt. Leih mir bitte dein Tuch. Hier, mein Gemahl? Nicht dieses, das andere, welches ihr von mir bekommen habt. Ich habe es nicht bei mir. Nicht? Nein, leider nicht. Das ist ein Fehler. Das nämliche Schnupftuch hatte meine Mutter von einer Zigeunerin, die sich auf die Zauberei verstand. Meine Mutter gab es mir, als sie starb. Und nach unserer Hochzeit gab ich es euch. Ich sage euch, bewahrt es, wie euren Augapfel. Es zu verlieren wäre ein Unglück, dem kein anderes zu vergleichen wäre. Ist das möglich? Es ist wirklich so. Es ist etwas Zauberisches in dem Gewebe. Eine Fee verliert die Fähigkeit, Corona zu heilen, wenn man es nur dick genug an die Nase hält. So, so. Ist das wahr? Natürlich ist das wahr. Wie könnt ihr nur Zweifel daran haben? Mensch. Ehrlich oder Herr Lauf? Du solltest nicht immer alles glauben, was die Menschen dir so erzählen. Wie bitte? Schatz, kein Schnupftuch dieser Welt kann Corona heilen. Natürlich kann mein Tuch das. Wo ist es? Na los, her damit! Oder ist es verloren? Sag, ist es hin? Ist es fort? Meine Güte! Oh Tello! Jetzt beruhig dich doch mal! Hol das Tuch! Ich brauche es! Schnell! Oh Tello! Das Schnupftuch kann dir da nicht helfen. Aber... Ein Mundschuss könnte das. Mir zwingend es. Mund! 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 Mund!